Leute, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Bad Wars und jetzt wird geschwitzt, Leute. Wer war denn das jetzt nochmal? It's a bad one, genau. It's a bad one, einfach 48er KD. Dat wird sweaty, Leute. Dat wird echt sweaty. Ich baue direkt mal One Stack. Bin ja gespannt, wie gut die sind. Also das ist eine Party. Die anderen sind auch nicht schlecht. Ich glaube, der eine eine 4er KD, der andere eine 2er und noch irgendeiner. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, also der ist nicht allein. Das ist mein Problem Nummer 1. Und ja, ich spiele die BRC. Warte mal. Ja, die spielt BRC. Nice. Okay. BRC immerhin. Ah, wir sind aber leicht unter denen. Ja, komm, komm. Die sind beide down oder nicht? Beide, aber... Komm, Schiwi, bitte. Schiwi mit mir im Team, Leute. Bitte, Schiwi, warte. Ich helfe dir, ich helfe dir. Er hat's einfach. Maschine. Das muss ich ihm erstmal sagen, damit er drauf klarkommt. Den müssen wir jetzt noch kriegen, den Typen. Ich gehe jetzt direkt auf den. Als Optiker, Schiwi, du Maschine. Ja, ich muss es jetzt denn, ich muss es jetzt denn nicht, dass die irgendwie auf die Idee kommt, Gold zu safen oder so. Was mache ich denn, Digga? Ich bin fast daneben gesprungen, geil. Ah, der hat Fuliku. Shit. Das ist belastend. Ja, shit. Ich muss auch direkt zum Fuliku, bevor der uns holt. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtige Sache, Digga. Äh, zum Fuliku, zum Eisen. Sind da. Ich hoffe, der ist noch nicht bei uns. Nee, ist er noch nicht, glaube ich. Nee, alles gut. Okay, dann ist soweit noch alles gut. Wir haben Fuliku, nice, passt. Macht ihr auch Fuliku, sonst kriegen wir den nicht. Gut, Digga, als ob wir das jetzt haben, Junge. Aber ich glaube, das ist halt auch einer, der eher so, ja, nebenbei halt mal eine 48er KD hatte. Der geht jetzt auch erst auf die anscheinend, okay. Das ist auch so einer, der, glaube ich, einfach nebenbei halt jetzt zufällig mal eine 48er KD hatte, weil er gerade angefangen hat zu pushen, weil, also so richtig eine 48er KD haben ja erst Leute, die schon mehrere Tode haben, aber trotzdem noch eine 48er KD. Der hatte einfach noch keinen Tod. Digga, hab mich. Bitte hol Eisen, bitte hol Eisen. Und gib mir was, gib mir was. Danke, danke. Passt. Okay. Mach die Eisen bitte. Äh, er hat Eisen, okay. Ja, der kann ihn halt stoppen, der ist halt sehr, sehr belastend. Wir haben ihn, wir haben ihn, GG, Digga. Schön. Äh, zwar kaum was gemacht. Ciao Leute, ich begrüße euch hier zurück zu Runde 2. Nicht ganz voll geworden, aber wir sind auf jeden Fall im Nachteil. Ähm, deswegen nehme ich die Runde, denke ich mal, weil, pff, Digga. Ja, ihr wisst nicht, wie lange ich dran sitze, jeden Mittag mal eine Runde, eine volle Runde zu finden. Das ist schlimm, Leute. Da muss ich sowas auch nehmen. Tut mir leid. So, da sind gerade noch einigermaßen kompetente eventuell reingejoint. Ja, so ist es. Ja, okay. Okay, ich denke, wir scheißen auf den Eisenblock, wir müssen jetzt auf Rush gehen. Nicht, dass die Gold safen ohne Ende. Oh, fuck. Okay, den stomp mal erstmal weg. Der kriegt mich wahrscheinlich, fuck. Als ob er mich kriegt. Okay, das ist mein Maid, Junge. Habe ich eigentlich auch einen guten Maid bei Huck. Gönne. Was, ach so, wird's so ein fick, Digga, Junge. Ich war gerade minimal, äh, verwirrt. Das ist einmal der bei Huck, ja. Der nicht so ein krasser Boy ist. Hammer, schön. Gutes Ding, Digga. Bitte hol ihn, ja, schön. Okay, Bett von denen auf jeden Fall mal weg. Nice, dann gehe ich mal zu Blau. Hol deren Bett schnell. Hoffe ich mal zumindest. Da ist nur der Stevie, der passt. Dann setze ich hier gleich meine Web. Sag dir Goodbye. Hammer. Hammer auch. Und dich krieg ich auch noch, Boy. Hammer. Schön. Oh, yeah, yeah. Fuck, fuck, fuck. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot down. Fuck, der schießt auf mich, Digga. Der schießt einfach auf mich. Der Irrenlose. Bitte dreh dich nicht um. Schieß mich da jetzt nicht runter, danke. Komm, hol den, hol den, ja, hol den. Hast du, oder? Hast du, hat dein Mann frei. Gut, sind oben. Äh, dann noch schnell dies, dies, das, jenes. Checkt der mich? Nee, nicht wirklich. Ich hoffe, der andere hat keinen Bogen. Perfekt, nice. Wir sind oben. Haben die nichts gecheckt? Gar nichts? Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Flieg, flieg, flieg. Okay, beide da. Beide down. Schön, Hammer. Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Er hat ein Schwert einfach, Junge. Er hat ein, ach Junge, es bockt halt echt nicht mehr. Danke für deine soziale Ader bei Hex. Du bist ein, ein sehr guter Mensch. Und keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ich habe sogar Federfallschuhe, geil. Absolut unnötig. Da jetzt mit Web drauf zu gehen. Aber egal. Also mit Web, you know. Mit Web, dies, das, ananas. So, was hast du für Equip? Du hast Full-EQ. Macht mir ein bisschen Sorgen. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer auch. Ich habe eigentlich alle soweit. Jetzt habe ich wieder ein halbes Herz. Als ob mein Mate nicht kommt, Digga. Hammer, Hammer, Junge. Okay, darauf habe ich jetzt nämlich gar keinen Bock, dass der einfach wieder Gold saved, die Junge. Weil ich hätte jetzt gerne TNT gemacht, bis man da mal durch ist in diesem Drecks. Und die bauen ihr Dings einfach nicht ab, auch geil. Bis man da mal durch ist in diesem Drecks. Wie die ihr Bett halt eingebaut haben. Man kennt den Hasen. Der eine ist wieder Full-EQ belastend. Ja gut, scheiß drauf. Ich hole mal ein paar Gold, Alter. Da haben wir. Ja, wir machen jetzt Stärke-Takedown. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Gut, dann werde ich mal schnell potten. Und versuchen den zu kriegen. Das ist natürlich risky. Ich habe ihn aber noch nicht ganz, aber fast. So, einmal. Zweimal. Ich glaube, ich habe alle. Ich glaube, ich habe alle. Ah, einer lebt noch. Einer lebt noch. Shit. Harte Bett. Mein Mate, ich baue dich gerade ab. Dicker, bau doch Bett, was machst du denn? Ist er tot? Hä, was macht er denn? Dick, ich kriege hier sogar von so einem Teilschaden, Junge. Kriege hier von allem Schaden, was es gibt. Auf dieser Welt. Fuck, ich bin hier drin. Geilo. Baust du bitte das Bett ab? Würdest du bitte das Bett abbauen? Wäre echt nice. Hallo? Junge, was macht ihr? Ja gut, jetzt muss ich da selber mal vorbeischauen. Achso, was? Ach, er hat keine Schwert, Junge. Der hat es nicht. Okay, geh, geh, Leute. Das war es dann auch wieder mit dieser Folge von Minecraft Bedrohers. Heute geht es aufnehmen so schnell. Schmeckt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Und was ich noch sagen wollte, genau, ich habe angekündigt, dass die nächsten Tage TTT, Cookie, Skywars und so weiter kommt. Skywars kam ja schon. Aber sonst war das eher so eine Ankündigung, also ich habe mich da ein bisschen falsch ausgedrückt, war das eher so eine Ankündigung, dass Abwechslung ein bisschen auf meinem Kanal kommt. Also nicht only Bedrohers den ganzen Tag. Das wollte ich sagen, weil ihr habt es jetzt gesehen. Kurs kam nicht, Cookies kam nicht, bisher zumindest, Bedrohers auf Rewey kam noch nicht. Was wollte ich noch bringen? TTT kam noch nicht. Das sollte nur so heißen, es kommt allgemein ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal. Stattdessen kommt halt jetzt FCW statt normalen Bedrohers halt. Heute glaube ich noch abends, genau. Und gestern abends kam es ja auch, genau. Das wollte ich nur noch sagen. Also da muss ich mich genauer ausdrücken. Nicht, dass sich hier irgendjemand schon auf Cookies freut oder so. Und dann kommt es gar nicht. Ich wollte nur damit sagen, allgemein, es kommt halt ein bisschen mehr Abwechslung. Ich versuche mehr Abwechslung in meinen Kanal zu bringen. Aber dass jetzt direkt Cookies kommt, das wollte ich damit nicht sagen. Also sorry dafür Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald. Ciao.